Ich höre Sie nur ungern beim Essen, aber ich bin heut mal etwas vermessen. Das Leben ist öde und manchmal auch blöde. Was dagegen hilft, das kann ich Ihnen sagen, es schlägt auch nicht auf Ihren Magen. Die beste Musik, perfekt gemischt, die kriegen Sie hier aufgetischt. Singt alle mit, ein Hoch auf uns, uns, der ein Moment, der immer bleibt. Ich weiß, das war nicht gut, das ist doch nicht gelogen. Die Bärstadtdessen mit Radio Regenbogen. Die Bärstadtdessen mit Radio Regenbogen.